Wir produzieren und entwickeln Verpackungen aus Wellpappe, Schaumstoff und Holz. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen mit ca. 100 Bitarbeitenden, die an sechs Standorten in der Schweiz vertreten sind. Unsere Kunden kommen überwiegend aus der Geräteindustrie für Medizinaltechnikgeräte, Kaffeemaschinen, andere hochtechnische Geräte. Die Wiederbeschaffungszyklen werden immer kürzer. Unsere Kunden bevorraten kaum noch Verpackungsmaterial an Lager. Wir müssen direkt an die Linie liefern, was bedeutet, dass wir unsere Prozesse auf Effizienz überprüfen müssen und immer in kürzfristigen Wiederbeschaffungszyklen an unsere Kunden liefern. Durch das BAS 150 von Zünd können wir natürlich diese Vorteile genau dem Kunden bieten. Wir können Wellpappe, Wabenpappe, Schaumstoff alles auf einem Cutter bearbeiten und schneiden. Mit der Staple von 1,50 m können wir volle Rohmaterialpaletten in die Beladeeinheit fahren, haben somit kein zusätzliches Materialhandling. Wir können auch mittlere und grössere Stückzahlen mit der Endladeeinheit bis 1,50 m industriell und kostengünstig produzieren. Die Möglichkeit, Materialien bis zu 11 cm Dicke zu verarbeiten, hat für uns extreme Vorteile, da wir zusätzliche Arbeitsgänge, wie zum Beispiel das Kleben, somit einsparen können. Gerade in der Systemverpackung ist dieses Feature für uns extrem wichtig. Wir arbeiten dort sehr viel mit Schaumstoff. Der Schaumstoff hat oftmals eine Höhe von 100 bis 120 mm. Mit 110 mm können wir also immer große Materialien schneiden und müssen nicht mehr aufdoppeln. Durch die stegfreie Produktion sind die Ausbrechzeiten natürlich deutlich geringer. Wir können den Nutzen viel schneller aus dem Rohmaterialbogen trennen. Wir haben einen Qualitätsvorteil, da wir keine Haltepunkte am Produkt sehen. Und die Schnittzeiten können wir auch noch reduzieren und dementsprechend auch die Produktionskosten senken.